Wenn das Gefühl aufkommt, den ganzen Tag herumgesessen zu haben und Sie ein ernsthaftes Training brauchen, suchen Sie nicht weiter, denn mit Widerstandsbändern haben Sie vielzählige Möglichkeiten Ihren Unterkörper während der Arbeit oder von zu Hause aus zu trainieren. Um das Trainingsprogramm aufrecht zu erhalten, möchte man am liebsten bei jedem Kurzurlaub das gesamte Heimfitnessstudio mitschleppen, das ist nur leider nicht möglich. Mit Widerstandsbändern ist es jedoch eine andere Sache. Diese kleinen, aber mächtigen Werkzeuge bauen ernsthafte Stärke auf. Sie können sie verwenden, um so ziemlich jeden Muskel von Kopf bis Fuß zu trainieren. Außerdem haben Widerstandsbänder so viele Vorteile, die Sie zu einer besseren Option als beispielsweise Hanteln machen können. Für den Anfang nutzen Widerstandsbänder Gegenkraft, um Ihre Muskeln zu trainieren, was bedeutet, dass sich das Band schwerer anfühlt, je mehr Sie daran ziehen. Dies fordert Sie heraus, die Geschwindigkeit und Kraft beizubehalten, mit der Sie eine Bewegung über Ihren gesamten Bewegungsbereich ausführen. Das bedeutet auch, dass Sie Ihre Trainingsintensität leicht anpassen können, indem Sie entweder ein Band mit mehr Widerstand wählen oder das Band zu verschiedenen Spannungspunkten am Körper bewegen, zum Beispiel niedriger oder höher an Ihren Beinen, um die Schwierigkeit zu erhöhen. Übrigens ist es am besten mindestens drei verschiedene Widerstandsbänder in unterschiedlichen Stärken zu haben, da verschiedene Muskelgruppen möglicherweise unterschiedliche Widerstandsniveaus erfordern. Es gibt so viele verschiedene Workouts, die Sie machen können, wenn es um Bänder geht. Legen Sie ein Band um Ihre Oberschenkel und machen Sie ein paar Kniebeugen, um Ihre Gesäßmuskeln und Quadrizeps zu straffen, oder legen Sie ein starkes Band um Ihre Knöchel, legen Sie sich auf die Seite, halten Sie Ihre Beine gerade und gestapelt und heben Sie langsam ein Bein an und bringen Sie es wieder nach unten. Ein weiteres Training, das Sie durchführen können, besteht darin, das Band um Ihre Oberschenkel zu legen, Ihre Füße auf dem Boden zu halten und langsam Ihre Hüften in Stößen anzuheben. Sie werden fast sofort das Brennen in Ihrem Hintern, Ihren Bauchmuskeln und Oberschenkeln spüren. Mit diesen Bändern gibt es nicht nur so viele verschiedene Workouts, Sie können sie sogar überall hin mitnehmen. Und das Beste daran ist, dass Sie keine Ausrüstung benötigen, sodass Sie während des Trainings buchstäblich von Ihrem Laptop aus arbeiten können und das alles bequem von zu Hause aus im Homeoffice oder im Büro. Es gibt einen Grund, warum diese Widerstandsbänder so beliebt sind, und zwar weil sie mit wenig Aufwand eine hohe Wirkung erzielen. Sie sind effektiv für den Muskelaufbau. Der Schlüssel zum Wachstum Ihrer Muskeln ist Anspannung, ausreichende Erholung, Muskelanpassung und progressive Belastung, die alle durch die Verwendung von Widerstandsbändern allein möglich sind. In unserer Videobeschreibung haben wir für Sie ein effizientes Ganzkörpertraining verlinkt, in dem Sie 30 Widerstandsbandübungen trainieren können, um Ihren gesamten Körper zu straffen und zu stärken. Wenn Sie schon einmal Widerstandsbänder verwendet haben, wissen Sie, dass Sie Ihnen ein großartiges Training bieten, aber der ärgerlichste Faktor ist, dass Sie dazu neigen, Ihre Beine hochzurutschen und nicht immer an Ort und Stelle bleiben. Aus diesem Grund empfehlen wir in unserer Videobeschreibung das Widerstandsband-Set, weil es breiter als herkömmliche Bänder mit einem rutschfesten Stoff überzogen ist, die es an Ort und Stelle halten und außerdem viel robuster und langlebiger als andere Marken sind. Im Set enthalten sind drei Bänder und eine Netztragetasche. Wir hoffen, dass wir Sie mit den Bändern genauso begeistern können, wie wir es sind. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen nach oben und ein kostenloses Abonnement sehr freuen. Und nicht vergessen die Glocke zu aktivieren. Vielen Dank fürs Zuschauen!